Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 14. Juli mit Anja Wölker. Hallo und guten Abend. Für den Fischlift am Stauwehr in Werden geht es gerade in die heiße Phase. Denn die ersten neugierigen Fische sind schon in den neuen Fischlift an der Ruhr geschwommen und wurden damit nach oben in den Baldeneysee gebracht. Gerade läuft der Lift noch im Testbetrieb. Die Techniker müssen schauen, ob alles so funktioniert wie gewünscht. Es werden nämlich auch ganz viele Daten verarbeitet. Die Fische werden gezählt und es wird auch geschaut, welche Arten den Lift benutzen. Dafür gibt es zum Beispiel Kameras an den Transportkörben. Mitte August soll der Lift dann offiziell an den Start gehen. Dann wird das System im nächsten Jahr auch immer wieder angepasst. Zum Beispiel, weil sich der Durchfluss des Wassers in der Ruhr das ganze Jahr über ändert. Wo kann man sich eine Abkühlung bei warmen Wetter holen? Natürlich im Meer während des Sommerurlaubs. Weil aber wegen Corona viele Essener gar nicht wegfahren konnten, gibt es offenbar immer mehr Schwimmer in der Ruhr, im Rhein-Herne-Kanal und im Baldeneysee. Also richtig gefährlich ist es natürlich an den Wehren, zum Beispiel Spillenburger Wehr oder natürlich hier auch die großen Wehre in Werden und in Kettwig. Da ist auch Baden absolut verboten, also das ist lebensgefährlich. Aber auch da, wo die Ruhr relativ schnell fließt, da bilden sich Strudel, da können sich Strömungen bilden, die dann auch den geübten Schwimmer schon herausfordern. Sagt Andreas Wagner von der Essener DLRG in Heisingen. Die DLRG warnt davor, in Fluss, See und Kanal zu schwimmen. Der Rhein-Herne-Kanal ist eine Bundeswasserstraße. Das wäre so, als würde ich meinen Kindern erlauben, auf der Autobahn spielen zu gehen. Denn im Kanal erzeugen die Schiffe hinten und vorne große Wellen, die Schwimmer unter Wasser ziehen können. In Essen sind nicht nur immer mehr Schwimmer unterwegs. Es gibt auch viele Radfahrer. Hier in unserer Stadt zeigt sich aber auch, es gibt immer mehr Unfälle, und zwar mit Elektrobikes. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres gleich 27. Das sind fast so viele wie im kompletten letzten Jahr. Und wenn man in die Statistik schaut, an jedem vierten dieser Unfälle ist ein Fahrer über 60 beteiligt, sagt Hans-Jochen Ruhl von der Verkehrssicherheitsberatung der Essener Polizei. Unsicherheit eigentlich. Fehler beim Bremsen, Fehler beim über den Bordstein fahren. Das ist einfach diese Unsicherheit. Jede Woche gibt es deshalb Fahrtrainings für Ältere an der Verkehrsschule in Rüttenscheid. Dort wird geübt, das Bremsen, Ausweichen oder Anfahren am Berg. Wegen Corona haben hunderte Essener die Raten für ihre Kredite ausgesetzt. Auf Radio Essen Nachfrage sagte die Sparkasse Essen, dass 1.500 Kunden in den letzten drei Monaten ihre Raten nicht bezahlt haben. Vor der Krise waren es nur 50. Bei der Genobank in Essen sagte ein Sprecher, dass es während des Lockdowns 100 Kunden waren. Die Banken sind aber optimistisch. Die Sparkasse geht davon aus, dass die Kunden später ihre Raten bezahlen. Die Genobank sagt, bei ihnen handelt es sich nur um einen einstelligen Prozentsatz der Kunden. Die Bundesregierung hatte das Aussetzen der Kreditraten in der Zeit des Lockdowns gesetzlich erlaubt. In einer bundesweiten Studie gehen Forscher aus Halle von Ausfällen für die Banken in Milliardenhöhe aus. Wer an den nächsten Abenden mit der Bahn Richtung Bochum fahren möchte, muss sich auf ein paar Änderungen einstellen. Die Bahn arbeitet an den Gleisen zwischen Essen und unserer Nachbarstadt. Sie sind immer ab halb acht bis zum frühen Morgen gesperrt. Für den RE1 und den RE11 heißt das kein Halt in Wattenscheid. Der RE2 fährt über Altenessen. Für den RB40 fahren Busse statt Bahnen und die S1 ist nur einmal die Stunde unterwegs. Das alles geht so bis nächste Woche und ihr könnt nochmal alle Änderungen auf radioessen.de nachlesen. Tagsüber ist aber alles so wie gewohnt. In Vogelheim ist heute der Kunstrasen-Bolzplatz neu eröffnet worden. Mit komplett neuem Kunstrasen, neuen Touren und drumherum neuen Zäunen. Den Platz am Stackenhold gibt es seit der WM 2006. Damals hat der DFB in ganz Deutschland mehr als 1000 solcher Bolzplätze gebaut. Zuletzt war der Platz in Vogelheim aber in einem sehr schlechten Zustand. Unter anderem war im Platz ein großes, tiefes Loch. Und was war überregional wichtig? Die Bundesregierung will bei größeren Corona-Ausbrüchen an einem Ort schneller reagieren. Unter anderem sollen die Menschen dann für eine kurze Zeit ihre Region nicht mehr verlassen dürfen. Und zwar so lange, bis alle getestet wurden, heißt es. Innenläden in England soll es jetzt doch eine Maskenpflicht geben. Sie startet in knapp zwei Wochen. Bisher hatte sich die Regierung immer dagegen gewehrt. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht lockert das Wetter etwas auf. In den frühen Morgenstunden gibt es dann aber wieder einige Schauer. Die Temperaturen gehen bis auf 13 Grad runter. Morgen früh kann es gelegentlich nochmal regnen. Dann wird es aber immer besser mit einem Mix aus Wolken und Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal 18 Grad. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt's morgen früh ab 6 Uhr bei Radio Essen im Programm. Habt einen schönen Abend. Bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de Und überall da, wo es Podcasts gibt.